willkommen zurück zu subnautica wir wollen jetzt erst mal die base umbauen und dazu würde ich jetzt einfach mal anfangen hier diesen turm erst mal wieder weg zu reißen würde auch gerne dieses ding hier diesen connection gang dann später wieder haben aber vielleicht doch sogar ein höher ob das vielleicht dann auch gut geht das müssen wir mal schauen wir reißen jetzt erst mal hier so ein bisschen was weg den lasse ich so den turm denke ich mal wir fangen jetzt erst mal nur an das hier wieder weg zu reißen der turm wird wahrscheinlich hier wieder später stehen obwohl ich weiß gar nicht ob das geht ich möchte hier den großen raum jetzt erstmal hinbauen und darauf vielleicht den turm dabei wart ihr ja noch nie dabei im ersten tag ich das ja größtenteils immer weggeschnitten wenn ich die base gebaut habe weil ich das erkunden persönlich jetzt interessanter finde aber das kann ich auch immer schlecht beurteilen ich weiß nicht wie ich das als zuschauer betrachten würde so ich würde es ganz gern hierhin bauen irgendwie nur das geht anscheinend nicht da könnte ich sinn bauen aber das ist doch nicht die gleiche höhe das wäre die höhe aber da kann ich nicht da schon woran liegt warum kann ich das hierhin bauen liegt das daran ist der raum zu nah dran kann ich den wieder wegreißen merkt er sich trotzdem die daten die ich da drin hatte werden sehen werden muss ich das ding auch vielleicht auch die pflanzen vielleicht das problem ja da war jetzt ist auch okay die pflanze da ist im weg okay dann können wir das so nicht bauen das muss ich dann ein bisschen größer werden platz habe ich noch nicht so viel die jukebox lautsprecher ach so ich dachte schon die jukebox habe ich abgebaut schon aber da müssen wir vielleicht hiermit auch anfangen das heißt die halbe base bauen wir erstmal wieder ab ich glaube wir haben jetzt gleich keinen platz mehr um die sachen aufzunehmen ja genau das habe ich mir gedacht aber wir haben hier schon mal spindel hier ist zum beispiel nix drin da kann ich schon mal ein bisschen titan reinwerfen ich denke auch mal wenn das jetzt nicht allzu lange dauert dass wir heute auf jeden fall ein bisschen mehr machen ausschließlich notenergie das ist in ordnung für alle die das halt nicht interessiert na ich habe irgendwo ein timestamp aber ich am anfang der folge irgendwie eingefügt ach so da sind die lautsprecher genau vergessen und jetzt einfach sie überspringen so raus und du bist zu nah dran dann muss ich das eher von außen machen so das können wir nicht abbauen aber das brauche ich eigentlich auch gar nicht unbedingt abbauen muss ich auch das nicht abbauen vielleicht hätte ich das hier auch gar nicht abreißen müssen nur das hier das segment und das teil werde ich abbauen aber ich würde schon ganz gerne eigentlich einen weiter raus haben wollen müssen wir mal gucken weil ich hatte schon ganz gern die kurve dann oder das eck hier aber das ist jetzt so aufwändig das sind so viele kisten habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel bock drauf dann baue ich das hier irgendwie anders man kann das nicht einfach ersetzen ne schade eigentlich ich würde gerne das ding einfach ersetzen durch so ein kreuzsegment oder so ich so nur so eine kurve oder oder das drehen es wäre auch schon in ordnung dass wir das so hätten aber das geht leider nicht das fehlt noch ein bisschen im editor wir müssen jetzt erstmal gucken mein gott ey ich muss ja ein bisschen tiefer tauchen also wir müssen das ungefähr hier irgendwo haben oh moin ey das titan wieder du schlingel du so dann würde ich sagen hier machen wir einen großen raum hin kann ich mehr planen nee geht nicht müssen wir nur gucken ja ich muss das hier abreißen okay ich muss einen cut setzen geht nicht anders oh tagebuch okay das wäre cool hat er mir titan gebracht oder hat mir das geklaut das hat er mir gerade sogar titan gebracht die wirken anders wirken die anders weil ich jetzt adam ellen adam scheiße jetzt habe ich den namen vergessen ellen oder adam ähm bei mir drin habe sam jetzt kann ich das nicht nachgucken na egal ich muss jetzt erstmal hier die dinger was gehört denn alles dazu eigentlich ist es nur die beiden hier vorne oder sind das alle scheiße wie soll ich denn das bauen ich kann das gar nicht setzen okay das sind die letzten items das heißt das haben wir jetzt geschafft jetzt können wir das t-segment hier auch abreißen so es kann sogar sein dass ich das ganze lager eh nochmal umdeichseln muss weil das zu klein ist und ich das in den großen raum hier rein packen muss von daher ist es wahrscheinlich eh egal so ich glaube ich würde jetzt komplett hier einmal so einen hin machen und dann hier ein t-segment dass wir wieder in beide richtungen gehen können so dann sollten wir vielleicht das mal langsam bauen und davon gleich zwei ich habe schon mal einen plastalbaren vier stück vorbereitet wir sind wie so ein fernsehkoch habe ich schon mal was vorbereitet hier ist meine liebe attestentin gleich wieder mit der dispel stimme ich weiß gar nicht wer war das frank mel äh ne wer heißt der stefan melzer melzer auf jeden fall aber ich habe keine Ahnung wie der mit vorn am hieß ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus ich kenne nur den lichter so okay minus das ist schlecht äh nein es bricht alles zusammen hier schaden oh no äh lithium wir nutzen alles was wir jetzt noch an lithium haben erstmal zur verstärkung des raums würde ich sagen hier zum beispiel kann ruhig einer hin das sollte jetzt auch erstmal schon mal alles beruhigen dann habe ich gar nicht mehr gedacht dass das hier kaputt gehen kann denke mal die richtung hier wird eh nicht so interessant sein der raum dort wir reparieren jetzt erstmal war alles kaputt gemacht ui das sieht ja eisig aus hier eiskaltes wasser wahrscheinlich irgendwo war noch was oder nee ich höre aber ich sehe nicht oh nee das kann auch über uns sein ja hier auf dieser ebene aber oben ist bestimmt noch was treppen leitern das ist die frage auch wo ich die leiter hin mache mache es jetzt erstmal hier hin kann auch sein dass es ein guter standort ist also sehr schön ich finde es auch interessant dass das wasser immer so auf zwei ebenen sein kann ich würde mir eigentlich wünschen dass es nicht so ist hier wohl was öffnen höre es hier ah das kann auch über uns sein stimmt hier haben wir auch mehrere ebenen oh no dann so aha da ist wasser haben wir gleich zwei leitern obwohl ich das eigentlich nie so richtig mochte und hier oben ist erstmal nichts oh genau das ist nämlich das problem bei zwei leitern dass ich dann irgendwie nicht so gut konnte aber egal wir haben es geschafft das ding ist wieder safe zumindest vorher den moment die batterie ist fast leer den müssen wir gleich mal wechseln so jetzt haben wir ein ding was jetzt hier schon eine oberfläche ist ich weiß nicht ob das geht ob ich da jetzt überhaupt noch eine runde rumpel drauf machen kann ich glaube nicht wo haben wir es ist jetzt nicht sehe nur das hier ah mehrzeugraum hier ne genau der obwohl geht das ist das verbunden denn auch sieht irgendwie so aus als wäre das zu hoch ich glaube nicht dass es geht ich glaube nicht dass also ich meinte mir dass es im ersten teil nicht ging oh jetzt habe ich kein titan mehr ich das hier ist übrigens mein kurzer bauwagen gewesen hier habe ich die sachen nahe kurz gelagert da ist schon nichts mehr drin das ganze titan nehmen wir hier mal alles was da in den kisten waren habe ich eben kurz hier drin gelagert weil wir haben halt da im oberen stock hätte ich noch das gehabt aber naja das sieht so aus als wäre da eine lücke zwischen wir werden es mal von innen gut achten was da phase ist moment ich muss hier einmal hoch jetzt rein theoretisch ist das ja über uns aber ne da geht auch keine leiter hin das funktioniert nicht schade drum habe ich mir aber eh schon gedacht das heißt so wie ich das gerne hätte dass da jetzt noch so ein turm ist und dass wir die wieder verbinden das geht dann eh nicht dann heißt es ich muss jetzt auch noch mal eine metafel egal ich würde hier eh noch einen draufsetzen weil ich möchte ja gern diese verbindungsstolche ein bisschen höher haben so bisschen immer ein bisschen schwierig hier eine oberfläche ein bisschen zu bauen und was ähm unter ihr tisch könnten hier auch irgendwie so einen eingang rein machen das könnte auch ganz cool sein ähm wir haben da den eingang jetzt ist die frage möchte ich da drüber den anderen haben weiss auch generell nicht ob der eingang hier so gut ist welche richtung gucken wir denn westen westen ist eigentlich gut vom westen kommen wir häufig aber irgendwie habe ich immer das gefühl ich komme von der anderen seite so irgendwie dachte ich als erstes wäre vielleicht nicht so smart ja ok ich mag den ganz gerne auf der seite auf so einer ecke haben kann ich da gar nicht nee das wäre ja auch eigentlich nur die luke so doch ginge aber ich glaube ich möchte das dann lieber warte mal das ist die Seite oder nee das ist die seite dann machen wir es oh wie cool das ist ja nice hier ist ja so ein gitter vorgespawnt äh wie geil ok das finde ich ja mega ja das ist in Ordnung das ist cool oh wie ist denn das mit dieser oh ist das dunkel äh mit dieser ähm außenelemente dieser hier Kabelsatz den muss ich mal ausprobieren ich weiß nicht vielleicht sogar worst case dass ich vielleicht sogar von Land sein möchte aber da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten glaube ich Kabelsatz nee wenn dann hier haben wir noch eine Batterie mal eben nee so das Teil kann man das hier einfach so irgendwie setzen nee das ist schon an Land dann richtig ja dann ist es glaube ich eh egal Schweberampe zum Aufladen und Reparieren eines Schneefoxes also das werden wir irgendwo an Land halt einmal setzen müssen ich weiß nicht ob es Sinn ergibt halt an Land eine Base zu machen das ist ein Außenbeetkasten den müssen wir dann schon eher aber weiterhin hier so drauf machen können wir eigentlich auch wohl mal platzieren das ist auch neu versuche das so ein bisschen gerade zu machen aber das sieht nicht gerade aus machen wir mal vier Beete hoffe dass wir auch noch gut rankommen weil ich habe die jetzt sehr sehr eng gebaut ich weiß noch im ersten Teil da war das manchmal ein bisschen schwierig aber das sollte gehen das ist jetzt nicht perfekt schön aber naja ein Scheinwerfer vielleicht auch hier hin in welche Richtung guckt der nochmal ich glaube ich muss den immer drehen ich weiß nicht ob er zu mir guckt gerade der Scheinwerfer oder ich muss den einfach mal bauen andere ne das ist in der Richtung aber wir haben egal kein Strom aber ich möchte gerne mein Zeug hier ähm belichten lassen achso ja geht der halt immer noch nicht an mein Gott ey kurzzeitig geht es vor zwölf bis zum Mittag wir brauchen immer noch neue oh man ich möchte sowas hier ganz gern überall haben das wäre cool wenn man das irgendwie mit den Fundamenten das habe ich schon mal versucht ne so hoch dass das so an der Oberfläche ist dass ich hier laufen kann das wäre so geil generell hier ein paar mehr Eingänge glaube ich wären auch ganz cool so was machen wir jetzt ich möchte hier Verbindungsgänge haben muss ich jetzt also ich möchte hier gerne so so ähm so Tunnel haben der in der Oberfläche im ersten Stock sozusagen ist eigentlich wollte ich den dahin machen jetzt wäre die Überlegung vielleicht den hier hinten irgendwo hin zu machen dass man sozusagen das als Mittelpunkt hat und hier dass er dann hat diesen Mehrzweckraum das ist auch ein bisschen übertrieben ne vielleicht sollte ich das erst später machen jetzt sollte ich erstmal hier bei obwohl ne ja irgendwie ja mal ich muss mal ganz kurz überlegen ich denke wir müssen mal ausprobieren wie das so läuft wenn wir hier vielleicht einfach so ein so ein Segment reinpacken vielleicht können wir sogar eins hier weiter vorne noch machen so einen Kontrollraum oder den Scannerraum oder so man hat halt diese Knolle hier unten die stört mich ein bisschen ich könnte mich jetzt auch beim Bau des Raumes stören ich hoffe mal das klappt noch na geht noch ich denke dann werden wir jetzt hier einfach nochmal so ein Ding machen dann baue ich jetzt hier nochmal einen Turm der muss aber wieder so hoch sein das stört mich so ein bisschen dass er gleich wieder vier Dinger hoch sein soll das ist halt so ein bisschen übertrieben nur weil ich unbedingt dieses Verbindungsstück haben möchte das ist ein bisschen bescheuert ne merkt ihr selber weil ich mag die Türme eigentlich nicht so gern optisch von außen finde ich die Türme super geil aber von innen sind die eigentlich ziemlicher Much weil was will man da rein machen wir könnten halt verschiedene Zimmer machen aber wir haben nicht so wirklich einen Nutzen dadurch Lagerraum und so weiter kann ich da rein machen ich könnte hier einen Reaktor rein machen aber ein Reaktor ist halt da muss ich schon mal häufiger hin ein Kernreaktor wäre okay aber der Rest halt nicht deswegen da bin ich mir noch nicht so ganz sicher oder man macht kein Turm ich überlege gerade jetzt habe ich die ganze Zeit schon kurz eine Pause gehabt zum überlegen ähm wir könnten auch einen Gang machen und nur einen Schlauch nach oben zeig's euch mal wir könnten so gehen hier einfach mal so einen Gang lang machen das möchte ich halt eigentlich sowieso schon seit dem ersten Teil viel längere Gänge ich mag die eigentlich voll gerne wir machen dann vielleicht mal so ein Dreieckssegment in zwei Richtungen wir könnten einmal so einen Scannerraum hier hinten halt machen na okay da geht natürlich gar nichts uh so jetzt war das aber vielleicht dann hier hin den Scannerraum müssen wir das schon mal irgendwo haben und da vielleicht einfach nur ein Eingang nur eine Luke das kann auch nie schaden und dann machen wir hier eine Treppe nach oben und ja keine Ahnung dann gehen wir bis dahin einfach dann hätten wir diesen Verbindungsgang ob der jetzt gut aussieht das wird sich dann noch zeigen also ich kann die hier schon mal abreißen so die Dinger nehme ich mal und das ganze Titan hier obwohl ich nehme nicht alles da sind nur Deko und Ausrüstung noch drin die brauche ich nicht zwingend so ein Schlauch meine ich mit das meine ich die ganze mit Schlauch übrigens hier diese vertikale Verbindung da kann man ja Leitern durchsetzen und wenn ich die jetzt einfach in dieser Höhe mache und dort dann wieder anfange mit solchen Dingern den E-Segment dann kann ich einerseits hier oben lang bauen oh jetzt kriegen wir hier so eine Verbindung ne kriegen wir nicht ok interessant die ist schon sehr weit weg ne aber wir könnten ja mehrere solcher Verbindungen machen einfach nur damit es gut aussieht von der von der Statik her apropos Statik ich muss da auch immer ein bisschen gucken da können wir auf jeden Fall viele Fenster rein machen damit wir auch schön außen gucken können und vielleicht auch mal so ein Observatorium hier oben das wäre doch auch geil oder sowas mal dazu haben generell irgendwelche oder auch einen Kontrollraum könnten den rein theoretisch ja auch hier irgendwie setzen oder das geht doch das müsste doch gehen oh ne Kontrollraum so also ich mache reiß das auch mal wieder weg ob der irgendwie dazwischen passt so geht das jetzt nicht wegen dem oder geht der generell nicht über Land also über ne es geht wir gehen nicht wegen dem Segment schauen wir mal Glas fehlt mir was wollen wir uns ja ja Emergency Power äh ne Produkte müssen es ja sein und jetzt mal ein bisschen mehr Glas Titan Barren brauche ich gar nicht denke das wird alles wenn wir dekorieren dann wird das interessanter werden was brauchen wir da emaliertes Glas wie stellen wir eigentlich nochmal emaliertes Glas her ich habe das schon wieder vergessen irgendwie wirken wir als wären wir tiefer aber das müsste doch die Höhe sein oder nicht irgendwie sind wir oft oder sind das immer nur so eineinhalb scheiße ich hatte von hier aus gehen sollen ich glaube wir sind zu tief ja und bin auch nicht weit genug außen ok aber das geht dann anscheinend nicht also ich muss vielleicht auch den gleichen Weg gehen wie hier damit das funktioniert das glaube ich hatte ich schon mal im ersten Teil in der Unterwasser äh in der wo wir im Vulkangebiet da waren da hatte ich das auch so dass ich irgendwie nicht bündig war das ist sau cool eigentlich dieser dieser Korb hier oben probier mich mal ganz kurz ok ich glaube ich hab's mein Gott jetzt ist mein Stimme weg äh ich glaube ich hab's hier jetzt noch den hier dran ok ich hab's jetzt ein bisschen anders gebaut versuch's euch jetzt mal zu zeigen wenn ich an Oberfläche bleiben kann also jetzt einfach von dort aus diese Gerade dann den Kontrollraum den hätte ich eigentlich lieber andersrum verdammt weil das Aurora hier an der Seite steht das fand ich gerade so cool hab ich das jetzt hier wieder reingebaut einfach nur andersrum ohne dass irgendjemand meckert ich weiß natürlich nicht was andersrum ist ich glaube so ja wohl ich weiß es auch nicht sieht man das jetzt schon ne sieht man nicht dass Aurora irgendwo steht ja jetzt steht das schon wieder da ok ok ich krieg's nicht hin keine Ahnung vielleicht geht das gar nicht vielleicht kann ich nicht entscheiden in welche Richtung aber ich hab's jetzt häufig versucht man sieht's glaube ich nicht von außerhalb und irgendwie dreht er sich immer in die andere Richtung egal wie ich das drehe na egal wir lassen das jetzt so wir haben da jetzt eine geile Kugel das könnte auch so ein Reaktor sein irgendwie find ich das geil wahrscheinlich irgendwie mal was Neues an Bays ich kann mir vorstellen dass so kaum jemand baut wir könnten oder können wir überhaupt ne können wir nicht ne kann auch keine Glaskuppel drauf machen so dass man vielleicht von innen reingucken kann ja Außenmodule wir bräuchten mal ein bisschen Strom ich würd da gerne drauf ich würd da irgendwie gerne hin kann man rein theoretisch da einen Ausgang machen dass ich da irgendwie rauf kann ja vielleicht das könnte gehen dass ich dann drauf springe und Solarmodule da oben befestige ich find das ganz cool wenn die Außen wären also hier müsste ne ne Leiter drüber sein also wir könnten rein theoretisch hier eine einbauen will ich glaube ich aber nicht und in diesem Eckmodul müsste auch eine sein so geht auch komplett nach oben so mag ich das glaube ich auch ganz gern mal äh das ist die Luke ne ja aber so mag ich es auch ganz gerne wenn ich ne Treppe hochgehe dass es wirklich nur eine ist und nicht so hintereinander ich glaube dann ist das auch nicht so ein Problem da darf ich die Leiter hier auch nicht übereinander machen genau in der gleichen Position aber das ist lustig irgendwie mit dieser Stufe die es da draußen gibt frag mich ob es das auch schon im ersten Teil gab ich hab es nie probiert deswegen ähm Außenelemente ich hab natürlich keine Sachen dabei ne sehr gut aber ich kann hier drauf und ich kann hier auch bauen rein theoretisch äh ich will die immer nach Süden zeigen lassen dass wir gucken immer nach Norden so ist mein innerer Monk der das so will dann platzieren wir einfach so ein paar Teile hier drauf aber weißt du mal hier wenn ich hier später ne Glaskuppel drauf haben möchte geht das ja nicht mit dem Glaskuppel hätte ich schon ganz gerne wie setze ich die denn dann hin ok schnell unter Wasser hier ist ja warm schöne Minus oder ne plus 1 Grad oder so ich glaube plus 2, 3 dammit Quarz und Titan brauchen wir dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 haben wir jetzt mittlerweile da haben wir kein Titan mehr noch ein bisschen was mit dann werde ich die wohl da oben drauf wäre auch cool aber wie komme ich da jetzt hin kann ich da drauf bauen kann ich mal so easy ich könnte noch ein Teil oben drauf setzen und dann da einen Ausgang machen und dann könnte ich auf die Röhre spazieren gehen das kommt gleich wieder weg probiere mich mal ganz kurz äh hallo daran aus ob das gehen würde ja wir können auch hier Luke machen ich hoffe ich gucke in die richtige Richtung oh ich hab keinen Akku mehr aber ja ginge aber dann kann ich hier drauf och ey wie geil sowas zu machen vielleicht sogar sowas zu lassen oh das ist halt riesig jetzt hier er hätte jetzt hier so einen Gang kann ich nicht ein Verbindungsstück hier irgendwie weg machen aber das ist dann dieser Ausgang dieser hier der wäre recht unnütz ja keine Ahnung man das dann irgendwie wegbaut aber das sieht wahrscheinlich auch scheiße aus wieso habe ich denn so viel Energie verwendet pass meine ganze Batterie ist schon wieder weg so Gefühle hatte ich zumindest beim ersten Teil nicht ähm Gott oh Gott so so und raus verrückt so dann gucken wir mal Außenselemente Solarmodul nach Norden gucken aber zumindest wieder Strom wenn auch nicht viel welche Möglichkeiten von Strom da oben haben wir jetzt gerade eigentlich hm das ist schlecht okay ich komme noch dran vorbei aber ich komme hier glaube ich nicht rüber ne ja okay das ist schade aber dann lassen wir es so ui okay bin unten irgendwie finde ich den Gang cool aber ist useless ne ich glaube ich reiße das wieder weg da oben Hauptsache wir haben unsere Solaranlage da oben drauf ist irgendwie geil lässt sich da kommen achso natürlich die Leiter das können wir nicht abbauen von außen äh von innen natürlich mein Gott ey das ist anstrengend vielleicht haue ich das ja auch als Bonusfolge raus ich meine ihr werdet sehen aber das kommt mir gerade ein bisschen wahrscheinlicher dass das keine reguläre Folge hier gerade ist sondern eine Bonusfolge wo wir nur die Base bauen da muss ich mir jetzt auch nicht stressen kann ich mich ganz in Ruhe darauf konzentrieren und für alle die es interessiert zu gucken das sieht so geil aus gerade ja ja alles gut oh man gerade sah das so cool aus ich wollte einen Screenshot machen und dann kam diese doofe Nachricht so auf jeden Fall die Teile sehen gut aus das kann man auch so lassen was baut man jetzt hier oben noch hin so ein Ausguck wollte ich vielleicht noch machen Basiselemente so ein Observatorium vielleicht halt hier an der an der Ecke weiß nicht ob das geil aussieht auf beiden könnte ich auch gar nicht auf beiden Seiten was macht man denn hier noch die Seite hier oder lässt man da dann einfach so ein Fenster so geht ja auch also die Fenster gehen ja an der Seite auch so und da vielleicht mal so eine verstärkte Wand ne das da ist guter Ausblick wahrscheinlich eher da das Teil da kann man da ne der kann ich gar nicht äh wo macht man noch versteckte Wände hin ich brauche nämlich noch ein paar hier hat man nicht die geilste Aussicht hier das sind gute Punkte die Ecke hier 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 haben wir drei Dinge dass wir vielleicht ein Fenster hier rein machen und da dann nochmal eine verstärkte Wand plus 19 haben wir schon mal dass wir hier zumindest hier vielleicht ein Fenster und auf der anderen Seite vielleicht eine lebende Wand die können wir noch gar nicht ne ich hoffe die gibt es dann noch dass wir da eine lebendige Wand hinsetzen hier haben wir verstärkten Kram da haben wir noch gar nichts jetzt ist die Frage wollen wir hier hin raus gucken glaubt nicht aber da eine lebendige Wand wäre vielleicht auch nicht schlecht das ist sowieso noch ein Ding eher von innen entscheiden wo da vielleicht Fenster hingehören obwohl da würde ich ganz gern einen Hins einen Hins hin machen weil hier sind die schönen Blumen da haben wir schon einen Ausblick ich hab das äh Flutlicht hier auch noch ein bisschen weiter nach da verschoben dass man hier noch ein bisschen Blick vielleicht auf die Blumen bekommt aber vielleicht auch auf beiden Seiten hier oben auch ein Fenster ich brauch mehr Glas ne ich weiß gar nicht wie viel Quarz wir haben kann auch sein dass ich gleich nochmal los muss und ein bisschen Sachen sammeln muss so welche welche Sachen gibt es hier eigentlich mehr Wasser A2O5 das nur drei das ist schon mal schlecht also auf jeden Fall eher die Nüsse essen wenn ich Wasser dazu haben möchte so ich denke ich werde hier sowieso gleich noch mehr Cuts setzen beim Basenbau zum Beispiel wenn ich das Lager vielleicht jetzt hier reinsetze ähm wir haben noch Innenelemente mit Raumtrenner also damals hat mir dieses dieses Lager eigentlich schon gereicht also ich würde es vielleicht wieder so machen wann muss man die Tür setzen erst später okay so oh ups kein Titan mehr ei 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 ich habe aber noch Quarz dabei ich habe auch nur ein Stromteil gerade ne das ist nicht gerade viel also da müssen wir gleich nochmal gucken so auf jeden Fall noch ein zweites irgendwie bauen aber ich weiß doch gar nicht wo außer halt da oben da wäre halt geil aber da komme ich nicht ran ne ne leider nicht schade echt schade da oben wäre es echt perfekt okay ich habe jetzt mal einfach mehr Zweckräume hier drauf gesetzt da wo wir das Observatorium bauen ich bin oben hat schon mal funktioniert einfach mal so mal sogar fast so lassen aber es wäre zu viel ne ich muss gleich nochmal gucken ob das too much ist wahrscheinlich schon aber es wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit das so zu lassen so einmal nach Norden wir bauen mal hier eins hin bauen wir hier noch eins hin hoffe ich habe genug Sachen dabei natürlich nicht und dann können wir vielleicht hier noch eins hin bauen und die Luke wieder schließen und das Zeug auch abbauen ich denke nicht dass ich hier das lasse mal kurz kurz von außen gucken also es geht schon vor allem weil es so komplett außen auch so steht auf Stelzen finde ich das irgendwie ganz gut und es geht auch hier drum herum wäre schon ne wilde Sache aber es sieht auch nicht also von hier aus sieht es grad nicht so gut aus ne ich glaube das lasse ich wieder ich glaube das lasse ich äh Quarz äh Quarz Kupfer warte mal hier ganz viel Titan ja nice wir haben keinen Titan mehr mir das Titan als erstes ausgeht hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht das ist schlecht aber das braucht alles Titan ne was ich hier baue ich meine da ist jetzt grad noch sehr viel drin an Zeug äh hier einmal umdrehen dann hier wieder raus dann denke ich mal mit vier ähm Solarmodulen werden wir jetzt erstmal auskommen hoffe ich zumindest und den Rest werde ich dann irgendwo anders durchziehen einmal nach Norden ja es ist ständig schlechtes Wetter so dekonstru- was kann ich das nicht abbauen weil das dann zu nah dran ist okay das ist interessant dann muss ich erst den Eingang wegbauen äh Solarmodul ah ich erfriere langsam Komponenten müssen abgebaut werden stimmt ich vergaß da ist noch eine Leiter drin so aber die Luke hat sich schon bezahlt gemacht gerade jetzt beim Basenbau und das einmal weg so und jetzt kann da an der Stelle natürlich wieder unser zumindest die Blaupause des Observatoriums ist ein emaliertes Glas wie kann man das bauen kann ich das schon bauen mit Blei ach so mit Diamanten aber ich hab doch jetzt ein bisschen Diamant gehabt ne brauchen dafür zwei emaliertes Glas das heißt zwei Blei zwei Diamant ist schon teuer aber wir haben Diamanten lass das mal obwohl kann ich schon die Kuppel bauen zumindest für den Mehrzweckraum auch nicht alter wir haben ja echt gar nichts die Basenbau ist noch nicht so weit fortgeschritten fällt mir gerade auf wir können Glas auf jeden Fall noch machen und das und Blei natürlich hab ich jetzt keinen Platz mehr sehr gut gehaushaltet eins zwei dabei dabei ups hallo hier oben drauf Glas und dann emaliertes Glas so und das nur für ein äh für so ein doofes Observatorium was uns nichts bringt aber naja sehr teuer muss man schon sagen ok aber endlich gibt's nochmal ne Base wenn auch noch nicht zu 100% fertig weil uns so viele Sachen noch fehlen ah das ist aber auch mal cool ne aus ähm ausguck so nach draußen das kennen wir eigentlich so auch noch nicht so dann wird das hier der Wohnraum wahrscheinlich vielleicht machen wir das sogar dann weg machen den Eingang eher dann hier oder sogar da dann dran ja auf die Ecken kann man das leider nicht bauen den Eingang aber da werde ich jetzt die Wohnanlage bauen also unten ne Küche oder ne Cafeteria oder sowas sowas in der Richtung wird das dann sein überlege ob wir hier nen Eingang raus machen aber hier dann spät ach ne der guckt dann auch hier so heftig raus ja das geht nicht jetzt müsste ich das wegreißen hm ob ich dann eher das Glas hier wieder wegmache zuerst Dekonstruktion angebauter Komponenten beenden achso das hier was Dekonstruktion angebauter Komponenten wieso kann ich das Glas das verstehe ich jetzt nicht was ist der meint der mit Dekonstruktion angebauter Komponenten was dekonstruiere ich denn sonst könnten hier achso da hab ich ne Verstärkung hier aber auch den Eingang rein machen könnten das auch als Egg Verbindung ja auch ein bisschen too much hier vielleicht aber wär eigentlich ein cooler Eingang wie gefällt mir das gerade aber man ich kann hier nirgendwo was abbauen was meinen die mit ich hab noch Platz muss mal kurz gucken was sie meinen ah ich glaube die meinen die Wand weil ich das in dem Raum angefangen hab zu bauen ah hätte ich jetzt kleinen Eingang mehr das wär wild obwohl ich könnte wahrscheinlich einen Eingang woanders trotzdem noch dran bauen obwohl der Eingang äh da das eine Teil ist ja auch irgendwie nicht betretbar so jetzt muss ich mich erstmal hier auskennen so das hier muss ich wahrscheinlich erst machen ne ja so geht's ok duke ne warte mal das will ich ja gar nicht das hatte ich erst geplant aber wir wollen es ja jetzt hier machen dass ich das hier jetzt trotzdem nicht verändern konnte wahrscheinlich weil das Teil das das ist ja Kreuzgang und das ist Teil dieses Raumes achso ja äh warte mal das ist nur noch plus vier das können wir nicht machen hier würde ich ja eigentlich gerne eine andere Wand machen aber das machen wir ganz kurz anders rübergehend eben so dann na toll ich seh's jetzt jetzt nicht wie der steht ja genau perfekt falsch sodass sich so ein bisschen angezeigt wird von innen jetzt hab ich hier keinen Eingang mehr mein Gott alles so komisch ich hab ja generell keinen Eingang ok wir kriegen das so irgendwie hin Moment so ist was heißt so ja geil ich bin Genius Luke ach der guckt jetzt gar nicht so weit raus ist aber auch nicht so schlimm bitte am liebsten sogar oh das können wir sogar noch und hier ein Fundament hinsetzen aber mir fehlt wieder Blei aber ich schaff das heute gar nicht das dauert ja Ewigkeiten mit dem Basenbau da müssen wir auch erstmal jetzt sagen wir machen hier nur so ein Teil der Base fertig dann nach und nach mache ich mehr dass wir jetzt erstmal hier so einen kleinen Teil auf jeden Fall haben weil ich habe eh keine Ressourcen mehr ne Schott nicht Schott können wir auch natürlich nochmal bauen Quarz warum ist er überhaupt denn Quarz das war schon immer so stimmt muss ich nur nicht mehr so Schott ist natürlich auch geil gerade für diesen Bereich dann möchte ich gerne Schott haben Silikongummi brauche ich hier nicht mehr durch ach ist das toll ein Silikongummi brauchen wir hierfür oder wollen wir es lieber hier ne schon hier am Ende glaube ich zumindest oder hier weiter da kann man halt nicht da würde ich ganz gerne die Tür dran haben in diesem Bereich aber ich möchte halt den Wohnbereich vom Arbeitsbereich so sozusagen abtrennen und dafür ist diese Tür jetzt gut da ist dann später Wohnbereich und hier Arbeitsbereich und weiß ich noch nicht auch Arbeitsbereich eigentlich hier Scannerraum gut erreichbar Observatorium hier können wir einen Stuhl reinstellen zumindest habe ich das im ersten Teil mal so gemacht so ein Drehstuhl hier dass man sich hier schön hinsetzen kann und das Wetter genießen kann und so können wir uns das Wetter auch mal angucken ohne dass wir draußen sein müssen und uns dem Wetter aussetzen müssen ist auch ganz geil aber immer das hier sieht aus wie so ein so ein Lappen von einem Tentakel ist schon cool warte mal jetzt sind wir ja oben hier hab ich ach so das da geht's raus müssen wir überhaupt hier nochmal raus hier geht's nur da drauf da ist eigentlich kann ich ja das hier wegreißen jetzt ne so Luke nicht Fenster wohl eher Fenster hier rein hier machen wir auch Fenster drauf so ähm Außenelemente macht man jetzt hier vielleicht nochmal ein Licht hin so ein bisschen den Eingang anleuchtet ich weiß nicht wie viel Strom immer diese Lichter hier so ziehen ist mir im ersten Teil sehr stark aufgefallen dass ich die Lichter platziert hab dass der Strom schon gut runter ging mal gucken wie das jetzt hier so ist auch vor allem die ganzen Räumlichkeiten und so Innenelemente so wie ein Bioreaktor hätten wir schon die Wasserfiltermaschine stimmt die will ich ja die ganze Zeit schon bauen Aerogel weiß ich jetzt aber grad gar nicht den könnten wir aber hier rein theoretisch reinsetzen und hier daneben Innenbeete Innenelemente achso haben wir nicht aber wir hatten Lebensform Zuchtbehälter den hätte ich auch lieber den hier über zwei Ebenen vielleicht sogar ist dann die Decke eigentlich weg ne oder ne die bleibt wahrscheinlich die hätte ich ganz gerne weg das wäre cool wohl dann könnte man da nicht rumlaufen weiß ich jetzt auch nicht was so gut wäre aber hier halt dann auch okay wir haben schon wieder den nächsten Dinger Bauartefakt Q59 okay wir haben jetzt zwei Artefakte ich hab das Gefühl alle wollen dass ich hier weiterbaue ja nicht weiterbaue sondern hier mal Fortschritt mache ja hab ich schon gemerkt Nahrung bitte dass ich gern mal was trinken sollte so aber wir haben noch keine Innenkästen mir fehlen mir fehlen so viele Sachen momentan noch ich würde sagen dann machen wir jetzt doch vielleicht doch noch ein bisschen was produktives dann mache ich das doch nicht als Bonus Folge sondern einfach als ein bisschen längere Folge ein bisschen was habe ich auch weggecuttet obwohl ich bin bei einer Stunde Aufnahme jetzt gerade ich weiß nicht wie viel ich weggecuttet habe oder ich mache doch eine Bonus Folge draus machen wir jetzt noch eine weitere dann geht es jetzt sofort in eine weitere Folge weiter also richtig weiter und das lassen wir jetzt erstmal genau so wie es jetzt gerade hier ist ist jetzt noch nicht fertig aber das passt schon wir dekorieren auf jeden Fall nochmal weiter vielleicht mache ich mehrere solche Bonus Folgen mit bauen dass wir hier auf jeden Fall weiterkommen aber wir müssen auch die Story irgendwie weitermachen damit ich auch die Sachen freischalte die wir hier für die Base brauchen also ja dann sehen wir uns in der regulären Folge die heute auf jeden Fall auch noch kommt nochmal wieder bis dann wieder bis dann